Hallo Leute, ich bin der Gankiller und herzlich willkommen zu einem kleinen, ganz kleinen Case Opening. Ich habe zwei Keys, die habe ich nur dank euch bekommen. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wie man zufällige CS-Ghost-Skins bekommt. Und da habe ich meinen Waffling in die Beschreibung gepackt. Und über den Waffling, wenn ihr über diesen Waffling eingekauft habt, habe ich halt ein bisschen Kohle bekommen. Und ich hatte irgendwie jetzt 5 Euro auf meinem G2A-Account, worüber ich mir halt zwei Keys kaufen konnte. Ich habe immer noch ein bisschen Geld auf dem Konto, aber das Ganze könntet ihr in meinem letzten Video sehen. Das war ein englisches Video, wo ich ziemlich nervös war, weil ich es jetzt gerade eben aufgenommen habe. Und ja, wir werden jetzt einfach mal ein Shadow- und eine Operation Breakout-Kiste öffnen. Das ist einfach ein Grund, das waren die günstigsten Keys, die ich zu dem Zeitpunkt ergattern konnte. Und ja, wir machen einfach mal hier Behälter öffnen. Ich möchte halt, wie gesagt, nicht mein Geld dafür in Anführungszeichen verschwenden, da ich der Meinung bin, Kisten öffnen bringt nicht viel. Und bevor wir anfangen, dicken wir einfach mal SV-Sheets zu 1 und machen schon mal GIF-Weapon-Knife. Zack. Und GIF-Weapon-Knife kopieren wir uns. Und drücken dann auf... Es geht nicht. Kann jetzt nicht... Okay. Das heißt, wir müssen schnell sein. Wir drücken auf Benutzen und drücken GIF-Weapon-Knife. Komm, jetzt gib mir mein Messer. Okay. Nah dran. Nah dran. Ne Farmer. Komm, bitte. Wenigstens Fabrik Neu. Es ist... Fabrik Neu. Dann gucken wir direkt mal Community-Markt. Ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Ne, das könnt ihr nicht sehen. Ich sag euch kurz, wie viel die wert ist. Komm, es lädt noch. 22 Cent. Geil. Okay. Seht ihr? Schon mal Dingens. Und Behälter öffnen. Wir nehmen... Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte Glück bringen. Warte, das KNIFE ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Äh... 13, 14, 15. Okay, also die 15. Kiste, weil da ist das KNIFE dran. Behälter öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hier. Da muss das KNIFE drin sein. Wir öffnen die Konsole. Drücken nochmal Gift Player Weapon Knife. Schlüssel benutzen, geht nicht. Oder muss ich auch Butterfly Messer eingeben? Butterfly Messer. Gift Player Weapon. Butter... Fly... Messer. Oh, ihr habt's gesehen. Senden. Nutzen. Und senden. Los. Oh, da war die Asimorph. Ja. Deswegen öffne ich keine Kisten. Weil man einfach immer nur blaue Skins bekommt. Wir sehen, minimal Gebrauchsspuren und was ist die wert? Das ist bestimmt noch mehr wert als die von gerade eben die Farmers. Oh, 8 Cent wert. Das heißt, wir haben 30 Cent bekommen und haben fast 3, 4 Euro ausgegeben. Vielen Dank an dieser Stelle trotzdem fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, ihr könnt mir natürlich auch, ich kann auch, wenn ihr das wollt, meinen Trade Link in die Beschreibung packen. Und dann könnt ihr mir ein paar Items zukommen lassen. Aber müsst ihr nicht machen. Denn ich weiß nicht, wie viele von euch mir halt so Kisten zukommen lassen wollen. Denn ich sammle die Kisten. Und ja, genug gelabert. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bye. Bye.